ERIK STOLZ Jennifer Jason Lee Judith Irie in SISTER SISTER In den unheimlichen Sümpfen der Everglades teilen zwei Schwestern eine merkwürdige Bild und ein furchtbares Geheimnis. Ein Geheimnis, das niemals ans Licht kommen darf. SISTER SISTER Habt ihr mir was verschwiegen? In dieser Welt ist jeder Fremde eine tödliche Gefahr. Niemand darf sie anrühren, klar? Niemand! Ein Mann will die Wahrheit finden. Sag es! Nein! Aber er geht zu weit. Es gibt nur einen Menschen im Haus, der es gewöhnt ist zu töten. Sie war es. Nein, das ist nicht wahr. Das würde sie nie tun. Nein! Trau ihm nichts, Lucy! Er hat dich gegen mich aufgebracht! Ist es die Hitze, die die Menschen unersättlich macht? Oder sind sie von Natur aus kaltblütige Mörder? Oder beides? SISTER 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 SISTER